Okay, dann suchen wir mal lecker, lecker Essen. Empty cans, leere Dosen. Ja, davon kann man ausgehen. Eine Truhe. Die verschlossen ist wahrscheinlich. Ich sehe hier nicht eine Klappe. Der Mann hat es wahrscheinlich. Cool. Damit kann man doch bestimmt Truhen aufmachen. Ich denke. Jawohl. Und was haben wir da drin? Bücher, die ich mir nicht angucken kann. Aber Essen. Man, ich dachte, wir hatten es schlecht. Look at this dump. Guess he did have food. Man, fuck Nick. Nick's lost a lot of his people, that's for sure. But that doesn't give him any excuse to start shooting up strangers. Give him a break. His uncle just died. Yeah, true enough. I don't know what I'd do if I lost Beck. I'm just saying. I mean, you ever know anyone who would do a thing like that? Hmm. Yeah. Actually, yeah. What happened? A woman in our group. Her dad died and then she just shot this other woman. Damn. What'd you do? My friend forgave her. Huh. And then she stole our car and left us. Oh. Peaches. Pfirsiche. Lecker, lecker, lecker. That's funny. She looks just like you. Ja, so ein bisschen. Hey, Clem. There's not a lot of food here. And Rebecca. Well, she's eaten for two. You think we can keep this just between us? I hate to even say it, you know, but... And I'd never go against the group. The whole group should decide. I know you're right. It's just so hard right now. It's a shame. Nick was a good guy. He's still a good guy. He's just losing it. God knows we're not perfect. Hell, I'm glad you're with this Clementine. What the hell is that? What the hell is that? Oh, nein. Where did he come again? We got a problem here. Yeah, we saw it. Alright, we're heading up. Schnell in die große Hütte. Schnell, schnell, schnell. Haut ab. Den Lift hoch. Oh. Well? What are we waiting for? We have to be careful. Careful? We've been on the road for five days. My back is done. Being careful. Yeah, but if anyone in this room is in the room, and it doesn't look like anybody's home. And it doesn't look like anybody's home. Damn. Now down tight. I'll check around front. I'll go with you. Well, it'd be good to know if anybody's actually back there. Probably get a better view from up top. You'd have an easier time getting up there. You feel like taking a look? Hmm. It'd be just like climbing a treehouse. I had a treehouse once. Well, there you go. I hated it. Oh. I hated it. But you've been waiting for Lee there. Okay. Go up here, Clementine. Go up, go up, go up, go up. Look at what... Just take it slow. And I'll catch you if you fuck. The group is a bit over. Probably. Got a good grip? Yeah. When I was a kid, we used to jump rooftops downtown. Now that was fun. That sounds stupid. Yeah. Yeah, it was. The trick was not to look down, though. Yeah, I'll look at it. Oh, 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 you're fine. You're fine. Just look at me, okay? You're fine. Alright, just slow down. Just for a second, okay? You just told me not to look. Good point. We made it. You see anything? I can see the bridge. Oh, a light. Wait, I see something. What is it? A light. Wait, there's another. Luke! Oh ja, da sind viele Lichter. Luke! Luke! Das ist nicht gut. Okay. Dann war's das also schon. Geht's jetzt wieder runter. Anscheinend. Nicht, dass du uns hinfällst, Clementine. Schön langsam. Nicht runterfallen. Alles gut. Zurück zur Gruppe. Oh. Listen, everyone. Just stay calm. Who are you? Are you trying to rob us? Excuse me, honey. But do I look like a fucking thief? Everyone calm down. Hey, man. You calm the fuck down. Sarah, get behind me. Just tell us who you are. We ain't here to rob nobody. Put the gun down, man. Fuck that. Whoa, whoa. Whoa, whoa. Whoa. Just do what he says. Oh. Kenny. Wait, you know this guy? Clementine? Krass. Das finde ich jetzt echt klasse. I'll take that as a yes. These people with you? We can talk inside. Great. I just started dinner. Are you sure you don't mind? It's gonna storm soon. Please, come in. Das ist ja cool. Da freue ich mich, dass Kenny überlebt hat. Na, er hat einen Bart bekommen. Alter Mann. Finde ich echt gut jetzt. Er freut sich anscheinend auch. Ich weiß gar nicht mehr, was da noch für andere Optionen waren. Ich habe ihn einfach mal gehackt. So, herzlich willkommen in der Ski-Station. Denny und Sarita haben wir mit uns für mehrere Wochen. Es war natürlich ein Ski-Lodge, also wir haben viel Essen. Und, uh, believe it or not, wir bekommen immer noch ein bisschen Kraft von der Wind-Turbine nach vorne. Das ist ja super. Wir tenden, die meisten der Lichter aufzunehmen, um zu erinnern, die Augen zu erinnern. Natürlich. Aber nachdem wir dieses Ding in der Storage gefunden haben, konnten wir nicht resisten, zu einer Exception machen. Was ist lustig? Oh, nichts, Walt. Walter hier ist ein smart-sum-bisch. Er macht einen schrecklichen Schmerz, auch. Well, warum nicht ihr zwei catch-up, während ich mit dem Essen starte habe? Bitte, mach dich zu Hause. Ihr könnt ihr eure Sachen über da. Die hell, wir werden. Ja, ich stehe mit meinem Schmerz. Danke. Ihr seid unsere Gast hier. Es gibt keine Chance. Tell ihn, dann, was er zu tun hat. Kenny? Will du voucher für diese Leute, Clamp? Ja, das kann ich sehr wohl. Wenn du mir sagst, sie sind gut, dann bin ich gut. Du bist derjenige, die eine Schmerz aufzunehmen, Mann. Sie sind cool. Dad, schau! Ein Weihnachtstück! Oh nein, ich bin sorry. Ist das nicht großartig? Wir haben es alles in der Storage gefunden. Es ist unglaublich. Und dann noch diese schöne Musik im Hintergrund. Macht auch direkt ein sehr, sehr schönes Bild auf alles. Ja, seid friedlich zueinander. Gut. Wenn ihr alle folgt, dann zeige ich euch, wo ihr schlafen könnt. Schön. Dann bin ich ja mal gespannt, was es hier für Betten gibt. Der lächelt die ganze Zeit, der Kenny. Das ist auch schön. Wie lang mag das jetzt her sein? Müsste ja auch schon drei, vier Jahre. Seitdem wir sich das letzte Mal gesehen haben. still wearing this dirty old thing, huh? You know, I half expected to see Lee walk up next to you. You guys were like two peas in a pod. Oh shit, I didn't mean to... It's just hard not to think about it, you know? Hallerdings. He saved me. I knew it. I knew he would. That guy had a fire in him, sure as shit. Hell. He was a hell of a guy. When my son, well, he took care of him. I'll never forget that. So, where'd you end up? Yeah. I was with Christa and Omid. Omid? Well... Ja, der war ziemlich schnell weg. Christa and I were together for a while. But these guys caught us. She's gone. Sounds like it ain't been easy for you. I'm sorry, darling. I wish I could have found you sooner. Christa told me you were dead. I am. This is all the dream. Ja, wenigstens ist er ein bisschen besser drauf als in Staffel 1. I gave her a hand and then it got messier. For a minute there, it wasn't looking too good for old Kenny. Long story short, I got lucky. Real lucky. It's been a long time alone after that. It, uh... And then I met Sarita. Thank God. Gosh, it's great to have you back. You two catching up? Clem, this is my girl, Sarita. Ain't she beautiful? Nice to meet you, Clementine. Hey, Walt, where's Matthew? You still out there rooting around? Of course he is. Well, I'll start dinner. Carlos, right? Is Matthew vielleicht der Kerl, den Nick gekillt hat? Stay inside, sweetie. Can we do anything to help? Could use a hand outside. We got a lot of supplies to bring in before that storm hits. Sure. Clem, why don't you help Walt with dinner? Natürlich. Sehr gerne. Ich bin eine gute Küche. Well, well, well. Was kann man alles Leckeres reintun? Hey, Clementine. Settling in well enough? Yeah, thanks. Excellent. Wanna help me prepare a little dinner? Auf jeden. So how do you know Kenny? He and Sarita have been a huge help. Matthew and I barely knew what to do around here the first week. We're old friends. I met him after it happened. When he was with Lee? Yeah, he only told us a little. Oh. Connecting with people is so important. I don't know what I'd do without Matthew. Gosh, you remind me of my students. I can't imagine what it's like growing up in the middle of all this. It hasn't been easy. I can imagine. It's hard enough as an adult. Ah, aber er scheint auch ganz nett zu sein. Irgendwie die ganze Gruppe scheint ganz nett zu sein. Hmm. Almost done. Would you do me the honor of tasting the first course, madam? Natürlich. Uh. Looks great. It looks like much. No, it doesn't. Mm-mm-mm. As an artist, there's nothing I like less than a friendly critic. Huh. Striking resemblance. Anyway, I'll take it from here. Look around the lodge. Okay. Erstmal die Dose. Die Dose erinnert mich doch sehr an die Station. An dieses kleine Häuschen. Mal sehen, was es noch hier so gibt. Die Cafeteria. Wie hübsch. Joy. Was haben wir da? Eine CD. Eine Butter. Cousin Jared's Concert. Oktober 13, 1998. Bestimmt eine sehr hübsche CD. Nun, das... Da ist auch ein CD-Spieler drin. Dann tu doch mal die CD da rein. Okay, cool. Was haben wir da? Eine Dinner-Table. Das erinnert mich an der Schule. Ja, so ein bisschen. Das ist halt hier so ein Cafeteria-Look. Da hinten ist die Sarah. Und der Vater. Wir sind da oben. Viel los hier. Sehr viel los. Da, der Christmas Tree. Was ist das? Was ist das? Find a tree topper. Ja, da suche ich mir jetzt mal was, um die Christmas Tree Spitze zu machen. Ein Fireplace. Sehr warm ist es. Ja. Was ist da? Eine Map. Okay, das war die Map. Da ist eine Dekoration. Ist das vielleicht schon für die Spitze? Was für ein lustiger Mann. Das ist einfach nur so eine Dekoration des Tisches. Okay, da geht es nicht weiter. Es könnte aber noch nach oben weiter gehen. Mit Sarah kann ich nicht reden. Und ich habe noch ein Feuerzeug. Ja, gut. 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 Oh ja. Jetzt. Ja, gut. Das soll ihnen sein. Ja, gut. Ja, gut. Ja, gut. Ja, Sie sind schon mit einem Spass. Das ist das noted. Ich habe es, Frau. Ich glaube, ich kann damit es sein. Ich habe es gesagt, dass ich es bin. Es muss man für diekenntnisse spielen. Aber ich werde dir sagen, wenn ich ihn kennengelernt habe, konnte er nicht fliehen. Warum gehen wir nicht, ob deine Freunde bereit sind, Clementine?